Hallo Booktube! Herzlich Willkommen auf dem Kanal Schundleser. Mein Name ist Thomas, ich quassle hier über Literatur. Und ich habe hier schon einige Langzeitprojekte laufen. Ich möchte alles von John Steinbeck vorstellen. Ich lese mich in ganz kleinen Häppchen durch Don Quixote. Ich habe eine Reihe zur Literatur, die sich mit dem Krieg beschäftigt. Ich hätte zu tun. Und die ganzen Sachen kommen nicht recht voran. Also denke ich mir, wo so viele Leseprojekte schon nicht recht vorankommen, kommt es auf ein weiteres auch nicht an. Darum starte ich heute eines mit Science Fiction. Das überrascht mich selbst ein bisschen. Denn als ich diesen Kanal gestartet habe, hatte ich wenige Vorsätze, aber unter anderem den hier nicht auch noch fantastisch vorzustellen. Aber jedes Mal, wenn ich dann doch irgendwie in die Nähe von Fantastik kam, mit Shirley Jackson zum Beispiel, oder wenn ich euch fragte, was hättet ihr denn gerne? Bei 1000 Abo Video hatte ich das getan. Ihr dürft euch ein paar Bücher wünschen. Jedes Mal ist der Widerhall groß. Fantastik scheint euch zu interessieren. Und zwar auf eine bestimmte Weise zu interessieren, dass hier nämlich auf dem Kanal normalerweise nicht die Hardcore-Fantastik-Fraktion vorbeischaut. Ich biete ja keine Fantastik an bislang, sondern Menschen, die anderes lesen, die vielleicht alles Mögliche lesen und offenbar eine Neugier auf Science Fiction auch spüren, aber unsicher sind, was diesen Bereich angeht. Vielleicht auch, was Fantasy angeht, seitens von Nicht-Fantasy-Lesern. Aber Fantasy steht zuhauf in den Buchhandlungen. Ob da immer die richtige steht, wage ich zu bezweifeln, aber bei Science Fiction ist die Lage immer düsterer geworden in den letzten Jahren und sogar Jahrzehnten. Science Fiction ist reingestopft worden in den meisten Buchhandlungen ins Fantasy-Regal, hat gar kein eigenes Regal mehr, nicht mal ein eigenes Regalbrett. Auf diesem halben Regalbrett, was da unter Fantasy sortiert ist, wenn es nicht sowieso gleich alphabetisch oder nach Farben oder nach Verlagen mit einsortiert ist, das ist dann die große Franchise Science Fiction. Also vor allem zu Star Wars und zu Star Trek und ab und an dann noch der Roman zur jeweils aktuellen angesagten Netflix-Science-Fiction-Serie oder was auch immer. Es gibt viele Nachschlagewerke, Essay-Bände, Genre-Geschichten, Genre-Analysen, Debattenbände zu Science Fiction, wenig davon auf Deutsch und das wird auch wiederum nicht in der Buchhandlung ausliegen. Und weil das immer bedeutungsloser wurde für den Buchhandel, werdet ihr auch immer weniger BuchhändlerInnen finden, die euch da beraten können oder denen ihr es in der Nase anseht, dass sie euch beraten könnten, die ihr fragen würdet. Mir scheint da schon ein gewisser Stau da zu sein und jetzt passiert dann so ein Neugierstau. Und der Neugierstau scheint mir auch dadurch aktuell da zu sein, dass wir jetzt wieder mehr nach vorne schauen, als wir das skeptisch nach vorne schauen, als wir das lange taten. Was ist die Zukunft von uns, von unseren Kindern, unseren Enkeln, die Zukunft dieses Planeten? Was ist die Zukunft der Menschheit? Ich muss die Krisen jetzt nicht alle aufzählen, oder? Und dass wir umgekehrt ja wieder so ein neu erwachtes, tätiges Interesse in der Raumfahrt sehen, nicht nur der staatlich Verwalteten, sondern jetzt auch privater Raumfahrt. Und wenn Menschen wie Elon Musk darüber reden, dass wir dringend den Mars kolonisieren sollten, dass wir überlegen sollten, wie wir dort permanente menschliche Ansiedlungen schaffen, dann können wir misstrauisch werden. Dann können wir uns auch fragen, bereitet da eine begüterte Schicht, eine begüterte Oberschicht, die diesen Planeten nun genügend ausgebeutet hat, ihren Absprung auf einen anderen Planeten vor und der Rest kann hier im Elend zurückbleiben. Muss ja gar nicht der Hintergrund sein, aber die Frage liegt nahe. So kommt einem dann vielleicht wieder den Sinn, dass es dadurch eine Literaturform gibt, die sich angeblich, so zumindest das Klischee, mit Zukunftsprognosen beschäftigt. Das stimmt für einen Teil der Science Fiction und einen anderen Teil der Science Fiction, das sage ich jetzt gleich mal, ganz platzig, beschäftigt sich mit den Problemen der Gegenwart. Und um einen neuen Blick auf die zu finden, um das Spielfeld zu erweitern, für Gedanken, Einfälle, Positionsfindung, wird von den Problemen der Gegenwart in den Kulissen und mit den Requisiten einer möglichen Zukunft erzählt. Oder vielleicht nicht mal einer möglichen Zukunft, aber einer für die Dauer der Erzählung halbwegs glaubhaften Erzählung. Suspension of disbelief. Man lenkt gut davon ab, dass es so gar nicht kommen kann und wird, aber man kann es für die Erzählung gerade brauchen. Also mir ist verständlich, warum das Interesse an Science Fiction rumort. Und zugleich ist Science Fiction ein Ghetto. Geschrumpft ist noch dazu, Science Fiction hat den Ruf, es sei ja Science, eine wissenschaftliche Literatur, die sich so hardcore nerdig auseinandersetzt mit physikalischen und ingenieurtechnischen und sonstigen Problemen, die man also nur versteht, wenn man ein oder gar mehrere einschlägige Studienjahre hinter sich hat. Und die auch entsprechend geschrieben ist. Also manchmal mit der ganzen Brosa-Eleganz eines Ingenieurhandbuchs, mit irgendwelchen Tabellen über die Eigenschaften von Metallen oder was auch immer. Es gibt solche Science Fiction, aber es gibt ja monströs abschreckende Beispiele in jedem Genre und auch in den Literaturarten, von denen sich die Anhängerschaft zu fein ist, sie ein Genre zu nennen. Also es ist ungerecht, die Science Fiction anhand ihrer abschreckendsten oder am schwersten zugänglichen Beispiele zu beurteilen und zu definieren. Science Fiction besteht zu einem Großteil aus sehr zugänglichen Texten. Wenn man mal ein, zwei niedrige Hürden überwunden hat, das sind Erwartungshürden. Aber ich will jetzt erst mal erzählen, wie es kam. Für mich kam es so, dass ich beim Wühlen auf meinem E-Book Reader, ich suchte was ganz anderes, auf dieses Büchlein hier stieß. David Pringle Science Fiction The 100 Best Novels Das ist gar kein aktuelles Buch, man kann sagen veraltet, aber es hat ja damals schon zurückgeblickt, also vielleicht ist es auch nicht veraltet, aber es nimmt jedenfalls nur einen kleinen Ausschnitt. Der Science Fiction Literaturgeschichte war nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg bis ins Jahr 1984, 85 ist es erschienen. Es gibt ein Folgeband, nicht mehr von David Pringle. David Pringle ist ein schottischer Redakteur und Herausgeber von Science Fiction Zeitschriften und vor allem auch Science Fiction Lexika und Nachschlagewerken zu Fantasy und zu Horrorliteratur und so. Das haben andere Autoren geschrieben, die 101 besten Science Fiction Romane seit 1985. Da ich ja immer denke, es ist interessant, wenn man die Literaturgeschichte kennt, um neuere Werke besser beurteilen zu können, auch manche dann verwerfen zu können und zu sagen, nee, das ist schon mal einmal oder mehrfach besser gemacht worden, als du das hier gestaltest. Und ich finde halt das Gespräch mit Toten so interessant, wenn uns Menschen nochmal erzählen können in den Stimmen ihrer Texte, was sie dachten, wie sie die Welt sahen, wie sie die Zukunft sahen, was sie erwartet haben. Das finde ich einfach, ihr merkt das ja, der Kanal blickt ja in allem zurück. Auf Schundleser findet ihr wenig Neuerscheinungen und wenn, dann oft halt eben Wiederauflagen alter Bücher, wenn ich mal über was Neues rede, was neuer Buchmarkt ist. Also ich habe mich dann zu diesem Buch hingezogen, gefühlt, als es in meinem Kopf klingelte und ich sagte, warum nicht mal durch die Geschichte der Science Fiction gehen, durch die Möglichkeiten der Science Fiction anhand solcher eines Führers. Wenn, dann nicht die aktuelle Science Fiction, sondern die etwas ältere, an die Leute, die sich noch nicht auskennen, vielleicht noch weniger herangehen würden, als eben an was Zeitgenössisches. Und wahrscheinlich hätte ich es sowieso gemacht, aber dieser Tage hat er noch Mitch vom Kanal Fantastikfreund auch dazu aufgerufen, mit ihm zusammen doch mal ein bisschen echte Science Fiction zu lesen. Seinen YouTube-Kanal hat er eigentlich weitgehend abgeschaltet. Er lädt ein in eine WhatsApp-Gruppe. Ich verlinke euch das unten im Infokasten. Wenn euch das interessiert, er möchte mit einigen anderen Menschen zusammen mal Erzählungsbände von Science-Fiction-Autoren, von Hochgelobten, eben dieser Epoche auch hier, um die es hier geht, bei David Pringle lesen, ganz zufällig. Robert Shackley, Harlan Ellison und Kurt Wainer-Smith bietet er an. Ihr könnt dort abstimmen, wo ihr euch durchlesen wollt. Und das macht Mitch nicht nur, weil er selbst für sich denkt, ich lese eigentlich so seltsam wenig Science-Fiction, obwohl ich sie mag. Er will sich selber in den Hintern treten mit dieser Aktion, sondern weil er eben auch bemerkt hat, dass Science-Fiction immer weiter aus den Buchhandlungen verschwindet und es immer weniger Möglichkeiten zum Erstkontakt für LeserInnen gibt. Und da habe ich mich dann endgültig entschlossen, jetzt schiebst du das nicht auf noch eine ganze Weile und machst das dann vielleicht im November oder irgendwas, sondern fang doch jetzt damit an. Und womit dann David Pringle gleich ringt im Vorwort, ist natürlich die Definition von Science-Fiction, die es eben auch so schwer macht. Die eine habe ich ja schon vorhin in Zweifel gezogen, Literatur, die von der Zukunft erzählt. David Pringle nimmt das Science und sagt, ja, Wissenschaft, sei das Entscheidende. Aber er meint damit auch nicht, es geht um ingenieurtechnische oder grundlagenforscherische Probleme, die jetzt hier fiktiv durchgespielt werden, also Labordebatten von morgen, vorausgeahnt. Sondern es geht ums naturwissenschaftliche Denken. Er sagt, Science-Fiction ist eine Literatur, die geprägt ist von der wissenschaftlichen Aufklärung des 19. und 20. Jahrhunderts, in der wissenschaftliche Erkenntnisse bis zu den Laien hinabgesickert sind. Da kann man ja gerade in den letzten Jahren wieder erschreckend feststellen, nein, so ist es gar nicht. Rund um Corona, diese Impfgegnerschaft, diese ganzen Esoteriker mit ihrem Unfug von Chemtrails und so weiter. Da sieht man, wie wenig Wissenschaft angekommen ist bei gewissen Kreisen der Bevölkerung. Erschreckend, und zwar auch in bürgerlichen Kreisen der Gesellschaft, was für eine Wissenschaftsfeindlichkeit und Rationalitätsverweigerung da mittlerweile herrscht. Aber er meint grundsätzlich, dass dieses Denken klar gemacht hat, dass aus Wissenschaft, Forschung, aus dynamischen Entwicklungen heraus die Zukunft gestaltet wird, die Zukunft von Gesellschaften, der Menschheit und dann eben auch Individuen, dass also das Leben bald anders aussehen wird oder jetzt gerade eigentlich immer in einem Zustand der Transformation ist. Was ja jeder bestätigen kann, der älter ist als was weiß ich, 14, 16, 18 meine Talben, der also nicht mehr denkt, die großen Veränderungen finden in mir selbst statt, ich werde erwachsen, sondern dann feststellt, nein, es geht nicht nur darum, dass ich ein anderer werde in einer stabilen Welt, sondern die Welt um mich her ändert sich und zwar nicht durch mich und so hat jeder ältere Mensch, also 30 aufwärts, er hat die Erfahrung gemacht, dass die Welt schon ganz rapide eine andere geworden ist, als die, auf die er sich mal eingerichtet hat und dass sie sich fortwährend ändert und das ist eine Erfahrung, sagt Pringle aus dem 19. Jahrhundert, die den Menschen klar gemacht hat, wie wichtig das ist und so ist eine Literatur, die sich nicht mehr um die einzelnen Menschen kümmert vor allem, sondern um diese Transformationskräfte, die überlegt, was passiert da in größeren Zusammenhängen, also die, den Verformungen unserer Umwelt, unserer sozialen, unserer technischen, unserer Ökosysteme und so weiter nachgeht, den Erweiterungen unserer Möglichkeiten und den Einschränkungen, die damit einhergeht, das sei die Science Fiction. Das ist eine vage Definition, die aber was für sich hat, wenn man eben bedenkt, dass er auch das Soziale damit, ob er will oder nicht, im Blick hat, weil ja neue Techniken unser Sozialleben auch verändern. Da, wo wir freiwillig mittun und erst mal gar nicht merken, woran wir teilhaben, denkt an die sozialen Netzwerke, an die Veränderungen der Kommunikation, die stattgefunden haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, in der Verschiebung von Grenzen zwischen Menschen, von Umgangsformen, von dem, was wir für richtig, für stadthaft, für machbar, für tabu halten, für frevelhaft, für übergriffig, sondern eben auch von oben und von außen. Aktuelles Beispiel wäre die AI, die jetzt gerade beginnt, sich in die Arbeitswelt hineinzufressen, also so wie früher maschinelle Prozesse, so wie dann Industrieroboter, die Arbeitsplätze killt, die in großem Umfang noch Arbeitsplätze killen wird, was Gesellschaften rabiat verändern wird, und wir wissen noch nicht, wo das hingehen wird, denn was sollen die Ersatzplätze sein für diese Arbeitsplätze oder wo soll der Mehrwert herkommen, der dafür sorgen würde, dass diese alte Schlaraffenland-Vision wahr wird, dass Maschinen arbeiten und Menschen ihren Privatinteressen nachgehen und vom Mehrwert der Maschinenarbeit einfach gleichmäßig wohlhebig leben können. So wird es eher nicht kommen. Das ist also eine Definition von Science-Fiction, die auch bereits beinhaltet, warum, und das hat jetzt nichts mit Dünkel zu tun erstmal, ein bestimmter Teil der Literaturinteressierten und der professionell mit Literatur beschäftigten vor Science-Fiction zurückschreckte. Nicht nur, weil die sehr schnell aus dem Feld der Literatur ins Feld der Schmuddelmagazine, der Pulp-Fiction, der billig Literatur verungeübte Leser abrutschte, wie man das sah, sondern eben, weil sie prinzipiell einen anderen Fokus zu haben schien. Eben nicht, das immer besser differenzierte Durchleuchten des menschlichen Erlebens im Sinn von des individuellen menschlichen Erlebens, also diese große Richtung des psychologischen Romans, die hat die Science-Fiction nicht oder nur in Ausnahmen genommen. und dieses andere schien oberflächlicher, dass auf die Oberfläche der Gesellschaft geschaut wird, auf die Verhältnisse von Menschen-Maschine, Menschen-Arbeitswelt, Menschen-Logistik, zum Beispiel Menschen-Informationstechnik und nicht tief hinein ins Innere dieser Menschen. Das ist eine ungewohnte Fokus-Verlagerung, die ja aber auch gar nicht in allen Science-Fiction-Büchern vorkommt, aber man müsste eben überprüfen, kommt sie dann da mit ausreichend Mehrwert vor, dass das okay ist, dass dann andere Dinge wegfallen. Und dann kommt natürlich dazu, dass dieser Abstieg in eine Heftchen-Literatur tatsächlich einherging mit einer Fokussierung eine Zeit lang aufs Wild-Abenteuerliche. Also Wild-West im Weltall gab es zuhauf und Wild-West jetzt nicht gemeint das, was Literatur des amerikanischen Westens kann und könnte, sondern so, wie reale Wild-West-Heftchen oder bestimmte Hollywood-Western aussahen, also das Piff-Paff-Peng derer, die versuchen, schneller zu ziehen als das Gegenüber. Und jetzt ist das Gegenüber eben ein Alien und kein Gunslinger. Und die Waffe ist kein Cold Peacemaker, sondern die Waffe ist irgendeine kleine Strahlenpistole, irgendein Blaster. Die will ich auch nicht in Bausch und Bogen verwerfen. Die kann vergnüglich sein, nostalgisch vergnüglich, die kann erheiternder Pusch sein oder die kann halt wirklich einfach Murks sein. Und die kann stark gelitten haben, die kann mal sehr wirkungsvoll gewesen sein, jetzt kann es nachgelassen haben. Die lässt Bringle hier außen vor. Da gab es damals und bis heute Streit drum, ob Bringle da nicht einen völlig falschen Fokus setzt. Indem er das einsetzen lässt, 1949. Also mit dem Erscheinen von, das ist das erste Buch, das er hier vorstellt, George Orwells 1984. Also ein lustiger Fokus dieses Buches. 1948 schreibt Orwell diesen Roman. Und der Titel 1984 ist ja entstanden durch die Zahlendreherei einfach. Das Entstehungsjahr 1948, hinten rumgedreht, 1984. Und genau da hört jetzt Bringels Buch auf. Also vom Erscheinen von Orwells Roman bis zu dem Jahr, in dem er Romanvorhersage und Realität miteinander abgleichen konnte, wo stehen wir denn? Jetzt haben wir 1984. Er versucht es stilistisch und produktionstechnisch zu begründen, das kann man versuchen, und da hat er aber auch Flack bekommen. Er hätte zu sehr den englischen und zu wenig den amerikanischen Markt im Auge gehabt. Dieser Übergang von der Kurzgeschichte zum Roman oder die Rückwanderung begann ja mit Romanen Jules Verne und H.G. Wells und so, die Väter der modernen Science Fiction. Dann wurden die Kurzgeschichten wichtiger, dann ging es zurück in die Romanwelt, die findet früher statt, als hier mit Orwells 1984. Ist schon richtig. Trotzdem glaube ich, dass es ein cleverer Einschnitt ist, den er hier gewählt hat. 1945 endet der Zweite Weltkrieg mit der Zündung von zwei Atombomben. Und damit ist eine Zukunftsvision schreckliche Wirklichkeit geworden. Und zwar nicht nur die konkrete Wir werden die Macht über das Atom gewinnen. Die gab es nämlich schon auch eben in Literatur. Sondern die Vision, wenn die Menschen neue Technologien in die Hand bekommen oder sich erarbeiten sich erforschen, dann werden sie sofort nach den destruktiven Nutzungsmöglichkeiten dieser neuen Technologie suchen. Jede neue Macht, die dem Menschen zuwächst, wird auch als Gewaltinstrument gegen andere Menschen eingesetzt werden. Oder gegenüber der belebten Ökosphäre. Und das passiert mit der Zündung dieser Atombomben eben. Danach lebte die Menschheit in einer anderen Welt. Ihr war an die Hand gegeben ein Mittel zum kollektiven Selbstmord, zur Selbstauslöschung der Menschheit und vermutlich überhaupt zur Beendigung eines Erdzeitalters. Die Mittel zur Beendigung eines Erdzeitalters der Planet hätte sich vom globalen Atomkrieg, der ja immer noch nicht ausgeschlossen ist, erholt. Er hätte eben nur völlig anders ausgesehen danach. Und dieser Machtzuwachs der Menschheit und diese neue Bedrohungslage gibt der Science Fiction eine neue Glaubwürdigkeit, eine neue Brisanz. Das kann man so sehen, damit macht dieser Einschnitt von Pringles Sinn. Man kann auch sagen, mit 1984 von Orwell ist die Science Fiction wieder angekommen und wird es gelegentlich auch danach noch wieder tun im Bereich der seriösen Literatur oder der wahrgenommenen Literatur, der man immerhin zugesteht, dass man über sie reden kann, so wie das bei H.G. Wells eben der Fall war, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Auch die Zeitgenossen haben die Bücher von Wells nicht für die allerfeinsten, allerkunstvollsten Produkte der englischen Literatur gehalten, aber sie hielten das für satisfaktionsfähige Bücher in der Mehrheit, über die man reden konnte. Es gab ja immer welche, die sagten, es ist ja alles nur Teneff. Gibt es ja zu jedem Buch. Ich weiß gar nicht, ob ich anfangen werde oder will mit oder sollte mit so einem Video zu George Orwell 1984. Ich glaube, den Roman kennt ihr alle schon und zu dem habt ihr euch eure Gedanken gemacht. Ich will ja überhaupt nicht ganz sklavisch jetzt hier durch Bringles 100 Best Novels einfach marschieren. Er selbst hat seine Zweifel an manchen dieser Bücher und sagt, er hat ein paar reingenommen, obwohl er die gar nicht mag selbst, aber um ausgewogen zu sein und bestimmte Aspekte des Genres auch vertreten zu haben, hat er auch ein paar dieser Bücher hier reingenommen und bei anderem ist ihm klar, dass das eine sehr persönliche Entscheidung ist, die zu den besten Romane dazuzunehmen, auch Michael Murcock, der in dieser Ausgabe, in dieser späteren nochmal ein Vorwort geschrieben hat, in der E-Book-Ausgabe, Murcock ist ein sehr einflussreicher Science-Fiction-Autor. Auch Murcock gibt zu verstehen, dass er mit vielen dieser Bücher hadert, dass die hier aufgenommen sind, dass er das aber für normal hält, dass eben jeder andere Champions hat bei sowas und andere Begründungen, warum dieses Buch rausgehört und ein anderes rein und er kommt dann auch zu dem Schluss 50% der Übereinstimmung und sagt ja 50% dieser 100 gehören da wirklich rein, gehören zu den besten Romanen der Science-Fiction in diesem Zeitraum, sei schon sehr viel und da gehe ich einig mit dieser Einschätzung so dass ich denke, dass ich vielleicht manche sehr kurz halte, nicht jedes Buch ein eigenes Video bekommt und ich dafür auch andere dann stattdessen vorstelle, wo ich denke, die hätten eher reingehört, ich weiß es nicht, ihr müsst jetzt auch mal sagen in den Kommentaren, würdet ihr 1984 haben wollen und sagt ihr, nee, da verzichten wir gerne drauf, da gibt es ja schon viel zu lesen, ich kenne den Roman sowieso und es gibt auch tausend Booktuber, die da schon was drüber gesagt haben, machen wir weiter mit was anderem oder steig mit was anderem ein. Ich glaube, das ist ein ganz seltsames Video, weil ich jetzt hier die meiste Zeit runtergeguckt habe auf meinen E-Book Reader und nicht hier in die Kamera und weil ich hier Bücher um mich her versammelt habe, die ich jetzt gar nicht gebraucht habe, ich wollte eigentlich in die Kamera halten, dass es ja viel gibt über Science Fiction, wie hier diesen Band von Brian Aldis, einem britischen Science Fiction Autor Trillion Years Spree, wirklich wunderbare Geschichte der Science Fiction, aber eben auch eine, die man mit Vergnügen dann liest, wenn man schon viel kennt und hier, das gibt es im Internet inzwischen aktueller, von John Clout und Peter Nichols, die Encyclopedia of Science Fiction, da ist sie aktueller im Netz, Stelle auch noch den Link unten rein, die Infobox, solche Sachen, wohl zu allem möglichen hier was was sagen und habe das hier versammelt, hier liegt ganz viel Zeug um mich rum, hier, da seht ihr mich bei dem Schnelldurchlauf auch Bücher in die Kamera halten, es gäbe, wenn man denn lesen wollte, jede Menge über Science Fiction und das sind nur die zufällig aus dem Regal geholten also ein seltsames Video, weil ich immer hier runtergeguckt habe, ihr wisst jetzt warum ich runtergeguckt habe, auch ich bin, wenn es sein muss, ein Papierbooktuber und halt nicht immer nur mein iPad hoch sagt 1984 ja oder nein und also sagt gerne, wenn ihr es blöd findet, aber ich werde es trotzdem tun es ist jetzt nicht mehr zu stoppen ich habe es angekündigt schaut bei Mitch vorbei wenn euch das interessiert lesen in der Whatsapp Gruppe Link auch unten aber wenn ihr es blöd findet wenn ihr Science Fiction das habe ich jetzt ganz ernst gemeint wenn ihr Science Fiction grundsätzlich nicht mögt und dafür Argumente habt Leseerfahrungen habt also nicht Vorurteile wenn ihr nur einen Vorteil habt gegen Science Fiction dann macht bitte mit schaut euch ein paar dieser Videos an und guckt dann vielleicht mal in die Bücher rein aber wenn ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt mit Science Fiction dann würde es mich sehr interessieren mit welcher wenn ihr gute Erfahrungen gemacht habt auch natürlich Mai war das wieder ein wirres Video ich sollte mich irgendwann mal vorbereiten bevor ich die Kamera anmache aber wer weiß ich will es nicht mal versprechen ich bin ja auch der der immer neue Leseprojekte anfängt also danke euch fürs Zuschauen kommentiert fleißig bis zum nächsten